Harry, du befindest dich noch in wenigen Minuten vor einem großen Konzert. Wie fühlst du dich? Total locker. Wie glaubst du, wird's? Wie fühlst du, wie glaubst du, wird's Konzert? Keine Ahnung, davon jede Menge. Dank du, was sagst du? Mit einem Dirigenten können wir nur gut spielen, der macht keine Fehler und gibt uns voll den. Musik Vielen Dank.